Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich Ihnen unsere Top 4 der besten amerikanischen Kühlschränke 2021 vorstellen werde. Los geht's! Auf Platz 4 haben wir den Sharp SJEX 770 FSL No Frost Metallic Grey Metallic Grey gewählt. Im Gegensatz zu anderen amerikanischen Kühlschränken befindet sich beim Sharp No Frost der Kühlteil oberhalb des Gerätes. Es handelt sich also um eine Konfiguration ohne Trennwand im Inneren, was den Vorteil hat, dass das Gerät groß genug ist, um große Speisen zu lagern. Wenn Sie es gewohnt sind, Gäste zu bewirten, wird es großartig sein, dieses Gerät zu Ihrem eigenen zu machen. So werden Sie in der Lage sein, ein wenig früher zu kochen und Ihre Gerichte ohne Sorgen kühl zu halten. Er ist eher technologisch, dieser Sharp integriert in seinem Kühlschrankteil Hybrid Cooling. Zur Erinnerung ist es ein Kühlgerät, dessen Aufgabe es ist, kalte und feuchte Luft innerhalb des Fachs zu liefern. Dies kontinuierlich und durch eine Aluminiumplatte, die sich an der Unterseite des Geräts befindet. So behalten Ihre Lebensmittel über lange Zeit ihre Frische und ihren natürlichen Geschmack. Darüber hinaus befinden sich die Lüftungsschlitze dieses Kühlschranks an der Seite. Dadurch kann er die Luft reinigen, indem er schlechte Gerüche loswird. Obwohl er für seinen etwas hohen Preis kritisiert wird, bleibt er in Bezug auf seine Qualität eine beneidenswerte Wahl. Wie immer bei Top Tech, wenn Sie mehr Details über die technischen Eigenschaften erfahren wollen und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben, erhalten möchten, gehen Sie zur Beschreibung dieses Videos, denn dort stehen Ihnen alle anklickbaren Links zur Verfügung. Auf Platz 3 haben wir den amerikanischen Kühlschrank RS65R540 1SL617L A+. gewählt. Wenn Sie in diesen amerikanischen Kühlschrank investieren, wird Ihnen das Eis nicht ausgehen. In der Tat ist in ihm ein Eismacher integriert, der automatisch Eiswürfe produziert und speichert. Darüber hinaus gibt es einen Desodorierungsfilter aus Naturfasern. Dieser beseitigt alle starken Gerüche von der Luft, die durch den Aktivkohlefilter strömt. Dadurch bewahren Ihre Speisen länger ihr Aroma und ihren Geschmack. Darüber hinaus ist das Gerät mit der Multi-Flow-Technologie ausgestattet. Diese verteilt die gekühlte Luft im Inneren der Säulen, um die Kälte gleichmäßig auf alle Etagen zu verteilen. So werden die Lebensmittel schnell gekühlt, egal wo sie sich befinden und auch wenn der Kühlschrank voll ist. Dadurch behalten Sie länger Ihre Frische. Darüber hinaus passt der RS65R540 L dank seines digitalen Inverterkompressors die Luftfeuchtigkeit je nach Nutzung an. So hält er eine stabile Temperatur aufrecht, während er gleichzeitig den Geräuschpegel und den Energieverbrauch erheblich reduziert. Etwas, das diejenigen zufrieden stellt, deren Küche in der Nähe des Wohnzimmers liegt. Auf Platz 2 haben wir den amerikanischen Kühlschrank Bosch KAN 93 VIFP Serie 4 No Frost & Ice Twister gewählt. An der Deckenfront oder an den Seitenwänden dieses Boschs finden wir LED-Lampen mit einer progressiven Intensität. Diese garantieren nämlich eine perfekte Ausleuchtung des gesamten Kühlschranks. Außerdem verbrauchen sie sehr wenig Energie und heizen sich nicht auf. Darüber hinaus verfügt der amerikanische Kühlschrank von Bosch über Einlegeböden und Schubladen für Gefriergeräte. Diese bieten Ihnen die Möglichkeit, die Innenaufteilung zu modellieren, um schwere Lebensmittel besser nach Ihren Wünschen zu lagern. Darüber hinaus verfügt das Gerät über interne und externe Sensoren. So bleibt die Temperatur konstant, trotz aller klimatischen Schwankungen. In der Tat handelt es sich um ein System, das ideale Bedingungen für die Konservierung von Lebensmitteln und eine optimale Funktion gewährleistet. Ein weiterer interessanter Pluspunkt dieses Kühlschranks ist ein Urlaubsmodus. Wenn dieser aktiviert ist, geht die Temperatur des Geräts zwischen 14 Grad und 18 Grad. So schützt es gefrorene Lebensmittel und vermeidet Energieverschwendung. Und ich erinnere Sie daran, dass Sie die besten Rabatte, die wir für Sie im Internet gefunden haben, durch Anklicken auf die Links in der Beschreibung dieses Videos erhalten können. Auf dem ersten Platz haben wir den amerikanischen Kühlschrank CH-IQ FSS 559 NEI 32D Neufrost in 559L Edelstahl gewählt. Bei der Multi-Airflow-Technologie strömt die kalte Luft durch mehrere Öffnungen nach oben. Das sorgt für eine effizientere und optimierte Kühlung. Außerdem behalten Ihre Lebensmittel viel länger Geschmack, Frische und Nährstoffe. Darüber hinaus gibt es ein Twin-Kühling-System. Das bedeutet, dass jedes Fach über eine eigene, separate Kühlanrichtung verfügt. So werden die Produkte gleichmäßig und schnell gekühlt. Darüber hinaus können Sie die Temperatur jedes Fachs unabhängig von den anderen einstellen. In diesem Fall können Sie Ihren Energieverbrauch erheblich reduzieren. Zum anderen befindet sich in der Türebene dieses amerikanischen Kühlschranks ein LED-Display. Damit haben Sie Zugriff auf die Hauptfunktion und die Temperatur des Geräts. Von dort aus können Sie dann ganz einfach Einstellungen vornehmen. Schließlich sorgt seine Neufrost-Technologie dafür, dass sowohl das Gefrieren als auch das Abtauen in Rekordzeit erfolgt. Jetzt lade ich Sie ein, zur Beschreibung dieses Videos zu gehen und auf die Links zu klicken, um die vollständigsten technischen Eigenschaften zu erhalten und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben. Wenn Ihnen dieses Video bei Ihrer Wahl geholfen hat, dann lassen Sie doch ein Like da. Es tut uns wirklich gut und abonnierst den Top-Tech-Kanal, um über weitere Videos informiert zu bleiben. Damit bis zum nächsten Mal. Es war Top-Tech. Ciao, ciao.